Er hat vor zwei Wochen seinen Vertrag hier in Bern verlängert, zur Freude von uns allen. Er ist der Mann, der Titel am Laufmeter sammelt. Er hat mittlerweile schon ein ziemliches Balmeres am Start. Aber ich bin ganz sicher, dass Titel hier in Bern verdient ganz, ganz viel. Mit dem Nummer 7, Miralem Suleimani! Miralem Suleimani! Miralem Miralem! Miralem Miralem! Miralem Miralem Suleimani! Miralem Miralem! Miralem Miralem! Miralem Miralem! Du hast einen neuen Song, der gesungen wird für dich. Wie gefällt der dir? Ja, das ist ein sehr schöner Song. Danke vielmals! Du hast vor zwei Wochen deinen Vertrag hier in Bern verlängert. Wenn du jetzt hier in die Bühne schaust, dann weisst du, es war die richtige Entscheidung. Ja, ich muss sagen, das Grund, wieso ich beide gleiche, das ist ein Grund. Und wenn du das vergleichst, was du heute erlebst hier in Bern. Du hast schon Titel gewonnen in Amsterdam, in Lissabon. Wie reisst du das ein in deinen reichhaltigen Lebenslauf? Ja, ich habe gewonnen ein paar Mal mit Ajax, mit Benfica, aber dieses Jahr ist eine spezielle für mich in meinem Leben. Und das ist dein Moment, deine Welle, nur für dich. Der ganze Bundesplatz gehört dir. die Zukunft nicht so vieles, diese Gene минут puedst nicht zu Und wir machen uns, wir machen uns! Mit R equival Secreten im Jahrhundert, der Hulk will uns etwas Und wir fahren uns, wir werden uns! Wir haben uns, wir werden uns! Wir haben uns, wir ihren愛 Economen,我們! Wir haben uns, wir haben uns! Wir haben uns, wir haben uns, wir haben uns! Vielen Dank.